der Adi Schatz ist wieder da wir wollen ein neues unboxing video machen das ist ja perfekt bei den letzten hat er sich immer so zurückgehalten willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke wir haben wieder ein kleines unboxing video für euch vorbereitet ein bisschen größeres denn wir haben diesen fetten turm hinter uns den muss ich jetzt mal hervorholen gucken dass das passt dass nichts runterfällt das ist alles fanpost aber auch eigenbestellungen also ist es gar nicht alles fanpost sieht auf jeden fall gut aus das wollen wir jetzt alles mal auspacken wir fangen mal hier oben mit dem an das ist ein fragile also händelbekehrt das ist bestimmt aus dem ausladen das ist bestimmt was mega teures was ich mir bestellt habe was ich richtig genial fand als schnapper Adi nicht hat doch geduld ich schaffe es eh nicht auf wenn man es nicht aufreißen kann nimmt man halt die schere schneidet einmal hier durch wenn mich nicht alles täuscht müssen das samyang nudeln drin sein eine sorte die es schon länger gibt die ich aber noch nie probiert habe gut hier ist erstmal ein tütchen ganz normal die samyang bulldog die schwarzen die kennt ihr ja bestimmt das sind ja die normalen dann haben wir ein tütchen samyang cheese das war in dem 3er pack so dabei und jetzt die sorte die ich nicht kenne die ich unbedingt probieren muss die samyang bulldog korn samyang bulldog artifical spicy chicken flavor rahmen korn habt ihr schon mal die samyang korn probiert schreibt es meine kommentare ist auch mega teuer gibt es immer nur aus dem ausland mit 50 bis 170 euro versandkosten jetzt habe ich hier ein schnapper gemacht bei ebay einer hat drei packung verkauft für 15 euro mit fünf euro versand also habe ich jetzt 20 euro bezahlt für die korn wo man sonst 50 bis 170 euro bezahlt und gleichzeitig dazu noch ein schwarzes und ein käsepäckchen samyang also schnapper nummer eins machen wir mal weiter hier kommt was von lecker trade gmbh pfefferhaus was das ist weiß ich nicht dann machen wir mal das paketchen auf gucken wir hier rein und ich muss vor allem den akku im auge behalten denn der ist auch bald leer pfefferhaus hat was geschickt jetzt haben wir hier hier haben wir hier rechnung suicide sauce stinger special edition das muss wohl an sich aus einer fankost sein die jemand bei amazon geschickt hat oder so leider natürlich weil es direkt vom lieferanten kommt ohne geschenk kärtchen also eine stinger special edition honig knoblauch jolokia chili sauce 200 milliliter wer hat diese soße bestellt schreibt es mal in die kommentare die war auf der auf der amazon wunschliste drauf habe ich mir hier reingepackt von suicide sauces da ist eine flasche da kommt ein galgen raus das hat ein richtig cooles design eine scharfe soße zum testen scharfe samyang nudeln das fängt doch schon mal richtig gut an dann haben wir hier als nächstes ein päckchen da gucken wir auch mal rein das habe ich schon mal aufgemacht das wurde irgendwie bei einer nachbarin drei häuser weiter abgegeben eine packung ein set tabasco soßen ihr habt ihr fünf verschiedene tabasco soßen drin einmal die normale jalapeno sauce stufe 1 dann die chipotle sauce stufe 2 die red pepper sauce stufe 3 die habanero sauce stufe 4 und die scorpion sauce stufe 5 das ist richtig cool dazu wird auch dann ein tasting kommen ein extra video fünf verschiedene tabasco soßen also noch mal scharfe soße schmeißen wir auch hier dann haben wir hier ein päckchen sieht auch wieder aus als wäre es aus china schauen wir mal hier rein das kommt weg das kommt auch weg das ist glaube ich auch von der amazon wunschliste das sieht mega brutal aus wenn man das hier weghaut hier steht the devil of fire the spiciest ramen in the world also die schärfsten rahmen nudeln in der welt so waren die ausgeschrieben bei amazon so hat man die jetzt bestellt ihr seht hier den diabolischen schädel ihr seht die teuflischen skelettischen hände das design ist auf jeden fall richtig brutal sieht fett aus das werden wir auch irgendwann noch mal vorstellen müsste ja dann schärfer sein als die samyang nudeln die sind schon immer richtig scharf und brutal aber der dieses zeichen hier dieser totenkopf der aussieht wie eine mischung aus totenkopf und aus carolina riva chili macht auf jeden fall einen guten eindruck das ist bei sie ist rahmen in the world hatte ich auch mal auf einer amazon wunschliste wer das geschickt hat schreibt es mal in die kommentare bei wem ich mich da bedanken darf dann haben wir hier noch irgendwas auch wieder ein amazon paket einfach aufreisen weg dann haben wir hier oh mein gott das war aber nicht in meiner wunschliste das hat wohl einer einfach so bestellt oder was blair's mega dev sauce mit liquid rage feel alive kennt ihr die firma blair's das ist blair's mega dev sauce gibt es ja ganz viele verschiedene auch der reihe nach hier sweet, jalapeno, golden, original, muerta, pure, after, sudden, mega und ultra das ist die mega dev das ist also die zweitschärfste danach kommt nur noch ultra dev mega dev, ultra dev was das alles hat wie stark das alles ist ist ja auch in so einem sarg angereichert das werden wir euch dann mal vorlesen wenn wir die testen und da ist wahrscheinlich auch an der flasche so ein totenkopf anhänger dabei wer die geschickt hat schreibt es mal in die kommentare gebt euch bitte zu erkennen zwei pakete sind es noch einmal das das kommt von amy asianshop also auch wieder ein asiatischer laden einmal hier einmal da tun wir mal hier rein da sind ganz klassisch zwei päckchen samyang nudeln sind in cheese ein päckchen cheese samyang nudeln zweites päckchen cheese samyang nudeln für weitere samyang samyang experimente zweimal stäbchen dabei ne dreimal stäbchen sogar dabei falls ihr samyang mit stäbchen essen wollt die sind glaube ich von shenaya weil shenaya gemeint hatte letztens was du hast keine nudeln mehr nudel vorrat ist bestellt muss also das sein was direkt bestellt wurde vom asia shop weil wenn ich falsch lieg korrigiert mich wenn das doch von jemand anderes ist sagt bitte bescheid bisher ist noch nirgendwo irgendwie ein kärtchen drin gewesen wo man dann genau wüsste was los ist aber das letzte paket das hier ist auf jeden fall von shenaya denn da steht shenaya drauf denn die hat gesagt weil ich kein kölsch mehr habe will sie mir wieder mal ein bier paket schicken für die montags streams so jetzt gucken wir mal hier rein was im shenaya paket drin ist dann messen wir wieder lauter lauter müll dann haben wir hier ganz klassisch unsere rich modis kölsch dose eine zweite rich modis kölsch dose wir haben das reisdorf kölsch kennen wir ja sind meistens auch zwei wir haben das gaffel kölsch also gefühlt ist das immer dasselbe wohlfühlpaket wir haben das früh kölsch falls ihr die unboxings schon mal gesehen habt noch mal reisdorf nummer zwei werdet ihr sehen das ist das klassische kölsch paket mit den vier verschiedenen kölsch sotten und jeweils zwei dosen denn mit acht dosen können wir vier montags streams überstehen die zweite früh kölsch dose wir trinken am montag bei chill mit ramses immer zweimal früh kölsch dann nächste woche zweimal gaffel kölsch zweimal reisdorf kölsch dann zweimal was weiß ich und da hat sich noch ein bootweiser reingeschlichen bootweiser auch am start eine dose und eine zweite dose bootweiser check lager stopfen wir auch hier hinter rest nehmen wir raus hier ist noch im prinzip füllmaterial drin das war es an sich jetzt kann man alles in die heizung reinschmeißen in die badewanne meine ich das würde ich mir am liebsten gleich aufmachen aber dann habe ich ja nichts mehr für die montags streams das heißt der ramses trinkt wirklich in der woche im regelfall nur zwei bier und zwar montag in chill mit ramses mit der community mit euch zusammen deswegen reicht mir zwei bier für die ganze woche am besten zwei gleiche und dann ist das immer richtig chillig mit euch dankeschön für die ganzen sachen ihr seht wie es hier schon wieder aussieht das waschbecken ist auf jeden fall jetzt voll mit bier die wanne ist voll mit müll hier die corn die bull duck corn richtig genial und hier stehen die soßen die tabasco die mega dev die scorpion stinger also nur stinger wir sind ja nicht beim wrestling und diese heftigen krassen komischen nudeln so spicyes rahmen in the world da habe ich auf jeden fall wieder einiges zum testen und wir wollen euch gute nacht sagen tschüss Adi bis zum nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses Adi Schatz alles Gute